Die AS-Automation mit Sitz in Bamberg bietet ein breites Spektrum an Sondermaschinen, vor allem im Bereich Montage- und Verpackungsanlagen. Für unsere Kunden entwickeln wir maßgestaltete Lösungen, vom universellen Zuführsystem über leistungsfähige Montageanlagen bis hin zu End-of-Line-Verpackungslösungen. Wir entwickeln und stellen modulare, hochdynamische und prozessliche Anlagen her. Quer durch alle Branchen, von der Kosmetikindustrie über die Elektrobranche, der Medizintechnik bis hin zur Pharmabranche. Unsere Montageanlage kombiniert unsere langjährigen Erfahrungen im Bereich Rundtakt- und Lineartaktanlagen und montiert aus 21 unterschiedlichen Einzelteilen über 100 verschiedene Varianten an Schutzkontakt-Steckverbindern. Durch den modularen Aufbau kann die Anlage an unterschiedlichste Montageabläufe und Technologien angepasst werden. Durch das integrierte MCS-System von Festo können wir die Werkstückträger bahngesteuert bewegen und unsere Möglichkeit im Bereich der Montage und Werkstückbearbeitung auf ein neues Level heben. Der Einsatz des Multi-Carrier-Systems in der Oval-Läufer-Konfiguration ermöglicht uns einen sehr kompakten Anlagenaufbau bei gleichzeitig höchster Dynamik und Präzision im Betrieb. Die Werkstückträger werden im Bearbeitungsbereich Taktzeitoptimiert bewegt und unterhalb über einen Riemen zurückgefördert. Das MCS bildet in Kombination mit den elektrischen Achsen ein kathesisches Raumportal, das uns große Freiheiten bei der Positionierung der Komponenten zueinander bietet und uns somit neue Montage- und Bearbeitungsprozesse ermöglicht. Die freie, unabhängige Positionierbarkeit der Werkstückträger entlang der Linearstrecke gibt uns neue Möglichkeiten in der Gestaltung unserer Anlagen. Durch die Abbildung der Carrier als Siemens-Technologieobjekt ist die Ansteuerung hierbei genauso intuitiv und einfach wie bei jeder anderen elektrischen Achse von Festo. Das innovative Multicarrier-System ist eine Gemeinschaftsentwicklung von Festo und Siemens. Mit dem modular aufgebauten Transportsystem kann jeder einzelne Carrier flexibel und dynamisch bewegt werden und das bei höchster Präzision. Damit eignet sich das MCS ideal für Kurztaktanwendungen, zum Beispiel in Montageanlagen. In dieser Montagelinie zählen vor allem zwei Dinge, Geschwindigkeit und Genauigkeit. Beides wird durch das MCS ermöglicht. Es bildet als Transportsystem das Herzstück der Kurztaktanwendung. Deshalb haben wir mit AS-Automation und Siemens bereits in der Anlagenkonzeption sehr, sehr eng zusammengearbeitet. Schon in der Engineering-Phase erfolgte auch eine Ablaufsimulation des Transportsystems und der Prozesshandlings. Hiermit konnten wir die geforderte Taktleistung und den Durchsatz der geplanten Kurztaktanlage schon in einer sehr frühen Phase beweisen. Auch die Steuerungstechnik des MCS fügt sich nahtlos in die Gesamtanlage ein. Die S7-1500 T-CPU übernimmt hierbei sowohl das Motion Control des MCS als auch die Ansteuerung der Festo-Handlingsachsen und die Automatisierung der Prozessstationen. Die Inbetriebnahme des MCS ist denkbar einfach. Durch vollautomatisch generierte Steuerungssoftware bieten wir dem Kunden eine Ready-to-Run-Applikation für das Multicarrier-System, unabhängig von der mechanischen Ausprägung. Die integrierte Webvisualisierung ermöglicht zum einen eine geführte Inbetriebnahme des MCS, zum anderen kann das Stationenmanagement im Liveview beobachtet und angepasst werden. Die Zusammenarbeit mit Festo und Siemens lief hervorragend. Wir wurden ab Tag 1 durch ein Team von Experten von Festo und Siemens beraten und unterstützt. Die Machbarkeit unserer Anforderungen wurde hierbei frühzeitig per Anlagensimulation bestätigt und das Multicarrier-System auf unsere Anforderungen hin angepasst. Der Aufbau des MCS in einzelnen Motorelementen kommt dabei unserer Philosophie von modularen Montageanlagen sehr entgegen. Nach der Fertigung und Erprobung im Hause Festo wurde uns das MCS anschließend vormontiert als Plug-and-Play-Lösung geliefert und konnte somit schnell in die entstehende Anlage integriert werden. Die großen Freiheiten bei der Positionierung der Werkstückträger haben uns überzeugt. Für die Zukunft planen wir auch andere Varianten des MCS in unseren Anlagen zu integrieren. Stets mit dem Ziel, unseren Kunden höchste Dynamik und Präzision in allen Prozessen zu ermöglichen. Stets mit dem Ziel, unseren Kurs zu ermöglichen.